Musik Sieht lecker aus. Oh ja, probieren Sie doch auch mal. Musik Die Häppchen sind bereits... Auf keinen Fall... Bestimmt nicht... Äh... Also soweit... Ich weiß nicht... Nee... Lieber nicht... Nein, nein... Äh... Ach nee... Auf keinen Fall... Ich weiß nicht... Nein... Das überlasse ich lieber anderen. Okay... Hm... Bestimmt nicht... Wie war heute aktiv als morgen radioaktiv? Wie war heute aktiv als morgen... Müssen wohl scheinbar doch nochmal rein... Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich geh mal... Was fehlt denn noch, damit sie losgehen? Nein... Nein... Die Tür hat ja auch... Okay... Okay... So... Hm... Nö... Nee... Okay... Ich muss wohl wirklich... Einfach mal... Alles versuchen hier... Immerhin... Wie war heute aktiv als morgen... Radioaktiv? So... Gehen wir noch mal... Zorn Workshop... Wie war heute aktiv als morgen radioaktiv? Hört mir zu! Hört Ihr z! Ähm... eine strahlende zukunft nein danke ich weiß nicht eine strahlende zukunft nein danke bestimmt nicht eine strahlende zukunft nein danke eine strahlende zukunft nein danke irgendwo da unten muss die garage sein eine strahlende zukunft nein danke ich frage eine strahlende zukunft nein danke eine strahlende zukunft ja der ignoriert mich ja immer noch hallo sie ich muss nehmen sie sich möchtest du das video mal sehen hier nee nee keine ahnung wofür die gut sind nur das in der mitte kommt mir bekannt vor auf dem rechten monitor ist die garage zu sehen in der mitte das konferenzgebäude und ganz links der eingang mit dem türsteher die demonstranten sehen viel wütender aus als vorher hallo darf ich dich kurz es ist die demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht schau mal echt so sind ich komme später noch mal wieder lieber nicht eine falsche bewegung und die ganze konferenz weiß dass ich hier oben bin lieber nicht bestimmt nicht verstehe ich nicht ich auch nicht also ich brauche theoretisch dann eine strahlende zukunft nein danke hört mir zu kein mal kein mal am regenwald stopp den karschlag weiß nicht kein mal am regenwald stopp den karschlag so sehen die jetzt vielleicht noch wütender aus vielleicht jedes mal was neues sagen monitore ansehen auf dem rechten in der mitte das konferenz die demonstranten sehen viel wütender aus als vorher lass mich raten hallo darf ich es ist die dem echt ich komme später ich muss die irgendwie reinlassen aber wie irgendwoher brauche ich so ein park ticket ohne ihn würde der raum ganz schön leblos aussehen hier kann man ja kein schritt laufen ohne über einen türsteher zu stolpern halt wieso nur konferenz das hatten wir schon äh nee 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 nö nö hm hm ich komme gerade nicht drauf glaubst du es denn kein mal am regenwald stopp den karschlag kein mal am regenwald stopp den karschlag was ist denn da schreibt er ist doch schon kein mal am regenwald stopp den karschlag nö g oslo hoffentlich sind das nicht die gleichen die überall diese qualmenden schlote aufgebaut haben kein mal am regenwald stopp den karschlag hinter den schotts ist ein lüftungsschacht wären sie nicht dicht könnte ich durch den schacht ins gebäude kommen kein mal am regenwald stopp den karschlag von außen lässt sich das leider nicht öffnen hinter den schotts ist ein lüftungsschacht kein mal am regenwald stopp den karschlag ja ok von der seite kann man es nicht öffnen hat er gesagt also kann man es von der anderen seite aus öffnen hab ich vielleicht unten was übersehen da oben ist ein offener lüftungsschacht Da komme ich aber so nicht hin. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Ja, kann ich... Wäre auch zu schön gewesen. Ich kann die Menschenmenge dahinter rufen hören. Das geht leider nicht durch Wünschen. Ich brauche also irgendwie dann doch den Schlüssel fürchte ich. Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Ja. Das kann warten. Verstehe ich nicht. Hm. Ich komme nicht drauf. Gibt es doch nicht. Ich kann von hier aus direkt auf die Bühne sehen. Moment mal. Hallo, darf ich die... Was ist? Die Dämonst... Echt? Ah. Was sind das für Schlüssel? Na, meine Autoschlüssel. Mit der Betonung auf dem Wort. Meine. Nee, nee, nee. Ach, nee. Keine Ahnung wie. Nein. Das bringt nicht. Nein. Nee, nee, nee. Äh. Bestimmt nicht. Ja, ich muss... Das Video so ohne Kommentar zu zeigen wird... Aber ich behalte die Idee... Was ist in diesem Schrank? Die Kontrollen für die Belüftungsschutz außen am Eingang. Okay. Ich muss ihn also durch die Menge tatsächlich irgendwie da weglucken. Was kann ich dir jetzt sonst noch zurufen? Kein Maler Bregenwald, stopp den Katschlag! Kein Maler Bregenwald, stopp den Katschlag! Kein Maler Bregenwald, stopp den Katschlag! Katschlag! Lieber ho... Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv! Nein, ich weiß nicht. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv! Nein, nein. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv! Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv! Sieht ganz gut aus! Sieht ganz gut aus! Sieht als morgen radioaktiv! Ein scharfes Messer... Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv! Wie war heute aktiv, als morgen radioaktiv! Die Indiskatastrophe, als morgen radioaktiv! Wie war heute aktiv, als morgen radioaktiv! Wie war heute aktiv, als morgen radioaktiv! Wir waren heute aktiv, als morgen Radioaktiv. Wir waren heute aktiv, als morgen Radioaktiv. radioaktiv nein das bringt nichts wie kann man nur so dumm sein dass ich man doch auf den ersten blick dass das nicht gut sein kann lieber heute aktiv als morgen radioaktiv wie war heute aktiv als morgen radioaktiv hört mir hört reaktoren gehören verbunden das bringt ne verstehe ich nein nein ach nee verstehe ich bestimmt ne 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 das bringt nicht das bringt nicht. Besser nicht. Verstehe ich nicht. Nee. Nee, nee, nee. Ich kann die Menschenmenge dahin. Eine Garage in der Garage. Was ist in dieser Zeit nicht alles? Nee. Das bringt nicht. Nein, nein. Lieber nicht.